ja herzlich willkommen zurück hier auf dem kanal wir werden heute mal den wilson hacken hier auf ashika island und zwar ist er immer hier beim schloss ich will hierhin unterwegs und schon legen wir los es ist es ist sonntag früh 10 uhr 32 ich habe es gestern schon zehn oder 15 mal probiert war dann schon relativ spät und habe mir gedacht komm machst du morgen früh noch eine runter ok und ich hoffe es klappt heute so müssen schon mal sehen ja jetzt geht es ja ja die tag ist schon geil die geht schon gut nein 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 ich habe nur eine eine platte wo 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 der ist hier dahinter noch einer gleich ok ich soll erstmal looten hier blam 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 was mitnehmen da war wir platten ok den haben wir aber ich möchte eigentlich ein mg wo war das hier gut so wir sind schon relativ nah dran das ist immer gut ich habe gar keinen kontakt hier ich weiß nicht wo sind die ganzen spiele so hier fährt er rum und hier hoch hier war noch eine kamera moment das hat der wo ist er jetzt setzt man zu hey das war nicht das funkgerät könnte man an machen ok ist noch nicht da da kommt er da kommt er da kommt er da kommt er nachladen ich habe hier sohn 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 die dos mit so ein mps und tragbar genau ausgelöst hacken 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 komm 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 sauber sauber erster rund am tag und gleich schafft sehr schön so ganz klappen ist aber keine garantie ist keine gar die jetzt nur noch raus hier ich sehe weder ki ja gut also die wo ich vorhin die 15 man aber ich bin ja immer schnell unterwegs wenn ich solo bin da ist nichts drin ah der ist auf dem dach das ist eigentlich ein guter exfil also bewegung ist auf dem map da unten sind auch gegner habe ich gerade gesehen ja da drüben ich bin echt froh dass ich das jetzt geschafft habe es ist so eine aufgabe ich weiß auch nicht die will man sich eigentlich immer bis zum schluss aufheben ich meine sagt gerade einfach aus aber ich sag's euch ich habe gestern zehn runden lang und ich habe nur eine blatte gehabt nur eine blatte das war wahnsinn schlimmer waren aber gestern eher die 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 spiele die gegner also die geht die spiele gegner oh schön noch ein rucksack großen da habe ich wenigstens das ja wer darf mich geschossen weiß noch nicht der hat abgesetzt was war das dann machen wir schnell zum ding hin ja da rauf oh 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 das war aber da ist er da ist er da ist er ok nicht so viel riskieren raus hier noch ey sauber schön geschafft jetzt so easy aus ich weiß aber leute so easy ist es eigentlich nicht wie gesagt und nehmt euch eine dreie plattenweste auf jeden fall mit sehr wichtig gut haben wir die mission geschafft danke fürs zuschauen lasst den daumen da abo und so weiter danke fürs zuschauen bis zum nächsten servus das geht figure mit